Eine sehr duftige Atmosphäre. Wir lieben uns sehr und wir vertragen uns auch immer wieder. Der Fantasie ist in keine Grenzen gesetzt. Ein Blick von einer anderen Frau und ich bin auf 180. Er liebt es natürlich zu flirten, er liebt den Umgang mit schönen Frauen. Perfekter Hedonist. Der Herzog hat natürlich keine feste Beziehung, keine feste Frau, Freundin, wie auch immer. Ein Lebemann, wobei ich das jetzt überhaupt gar nicht negativ ausdrücken will, zumal auch in unserem Stück ist es sehr sympathisch, wenn ich das sagen darf. Ich finde den sehr mit Augenzwinkern und hier noch ein Küsschen. Klar, natürlich sind die Frauen, die denken, boah, was für ein Macho. Aber ich finde den ganz sympathisch. Ich bin ja auch im Bilde über die Vorlieben des Herzogs. Wir sind uns sehr nahe. Ich brauche ihn natürlich auch, weil ich mich in meiner Rolle als Barbier des Herzogs mit Bedeutung aufladen kann. Insofern ist es ein gutes Game of Give and Take. Dream Team. Kann ich dann, dass ich hier? Muss ich küssten? Warum? Warum? Was ist die Rolle zu, dass du nicht willst? Ich habe doch einen Senator, ich möchte doch mal sehr gerne hier vorgegangen lassen. Naja, das mit dem Herzog ist ja eine spezielle Sache. Er ist schon eine interessante Persönlichkeit, würde ich sagen. In unserer Inszenierung auch so ein bisschen wie so ein Rockstar, so eine ganz spezielle Person eigentlich, die schon ihren Reiz hat, auch für Chibboleta. Obwohl sie immer wieder als ein bisschen dumm dargestellt wird, ist sie ja eigentlich sehr, sehr gefinkelt und hat ja ihren Plan. Sie möchte ja nur ihren Papakoda bei ihm als Hofkoch unterbringen und dafür ist sie auch bereit, mit ihm zu flirten. Und da geht sie natürlich dann auch aufs Ganze. Also sie kann da nicht so ein bisschen halb herum. Papakoda ist wirklich gut. Da kommt die besten Macaroni, die Napoli und die süßesten Cappezolini, die Vemme. Nein, nur so ein bisschen. Natürlich dreht Papakoda wieder durch, wenn er sie beobachten muss bei ihren Flirtversuchen, die ja schon sehr, ja, sehr brutal sind. Ja, der Caramello ist den Frauen auch nicht abgelaufen. Nein, würde ich sagen, ja. Der hat im Grunde eine mehr oder weniger feste Freundin, eine Partnerin namens Annina, das berühmte Fischermädchen. Insofern, der Caramello ist wahrscheinlich jemand, der, ja, den es anbrennen lässt, aber dann doch vielleicht in letzter Konsequenz spürt, dass die Annina die eine für ihn ist, die er wirklich liebt. Nur die ganze weitere Entwicklung mit den Eifersüchteleien, eben gerade im zweiten Akt, dann in der Herzog, wo man ihn hier oben schwänzelt, zeigen dann doch deutlich, dass er da sehr gekränkt und verletzt ist. Wie im echten Leben, wenn du es nicht mehr hast, dann weiß man, was man daran hat und hatte. Gott, ich bin so weise. Na ja, ich mach das auch. Die scheint etwas Besonderes zu haben, wobei der Herzog, wenn es dann nicht die Außerkorene wirklich ist, also eher, es ist ja eh alles hier in unserem Stück, findet das ja alles im Traum statt und ich glaube, er träumt sich das so zurecht, dass es die richtige Barbara ist und wenn noch eine zweite dazukommt, umso besser. Also ich glaube, die Musik werden die Menschen auf jeden Fall lieben und das ist, nach dem Venedig ist er einfach ein Klassiker, den man echt wieder mal spielen muss. Also es war Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also es war Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.